Ja, heute geht es um Bilder einfärben. Ich habe jetzt hier ein Foto von einer grünen Kerze und das erste Menü findet man unter Farben, Farbabgleich und dann sieht man hier drei Schieberegler. Man sieht hier auch die gegensätzlichen Farben, Zyran, Rot, Magenta, Grün, Gelb, Blau. Je nachdem, wie wir dann die Schieberegler hier verändern, wird sich entsprechendes Bild einfärben und hier sollte ein Häkchen gesetzt sein. Dann kann man nämlich gleich sehen, wie sich diese Einstellungen dann aufs Bild auswirken. Die Einstellungen, die wirken sich dann hier komplett aufs Bild aus und der Gag wäre ja eigentlich, dass man nur die grüne Farbe in ihrer Farbe verändert und alles andere so belässt. Hier wäre die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man markiert diesen Bereich hier. Das wäre eine Möglichkeit oder, mal abbrechen, man geht ins nächste Menü, da heißt es Farben, Farbton, Sättigung und hier macht man folgendes. Da das eine grüne Farbe ist, wähle ich auch hier diesen grünen Bereich, sonst gäbe es gar keine Auswirkungen. Also wenn ich hier zum Beispiel Magenta auswähle und schiebe jetzt da am Farbton entsprechend rum, dann passiert hier nichts. Wenn ich hier im grünen Bereich bin und verändere jetzt den Farbton, dann funktioniert das eher. So, was wir noch machen müssen, ist überlagern auf 100%. Und wenn wir jetzt hier entsprechend den Farbton verändern, dann sehen wir, jetzt haben wir zum Beispiel so einen rosa und jetzt so einen blau. Helligkeit, das ist praktisch nur so dieses hell-dunkel, was wir hier verändern können. Und Sättigung, das ist praktisch die Reinheit der Farbe. Wenn ich das Ganze nach links schiebe, dann kommt er schon fast gräulich raus. Wenn ich das nach rechts schiebe, dann habe ich ein sehr helles Blau. Wenn ich hier den Farbton nochmal zurücksetze, dann habe ich hier schon fast einen Neongrün im Vergleich zu vorher, was ich vorher hatte. Diese Werte hier mit dem Farbton, diese minus 180 und 180, gibt 360. Das kommt von diesem Farbmodell HSV Farbraum. Das ist nicht ein Sportverein, sondern das ist hier dieser Farbkegel. Da kann man das, glaube ich, gut sehen. Das ist praktisch einmal der Farbwert, dann die Sättigung. Je weiter man praktisch nach außen geht, desto satter werden die Farben. Je weiter man mal innen geht, desto ausgeblichener praktisch. Und hier ist dann praktisch nach innen noch die Dunkelstufe dargestellt. Man sieht es hier vielleicht auch ganz gut, wenn wir jetzt hier 360 Grad hernehmen, wie sich hier entsprechend die Farben nach den Gradzahlen ändern. Also, da hätten wir hier noch dieses Menü Farbton Sättigung. Dann gibt es noch was, Farben einfärben. Man sieht hier auch gleich, das wirkt sich wieder aufs ganze Bild aus. Und hier kann man auch wieder entsprechend, ja, das ganze Bild einfärben. Hier haben wir wieder Sättigung, Helligkeit. Also einmal die Sättigung der Farbe. Hier mehr schon ins Gräuliche. Und hier zu 100% dieses Lila und die Helligkeit, je nachdem, wie man das da entsprechend dann haben möchte. Hier haben wir fast ein ganz schwarzes Bild, hier 100% haben wir das Bild dann entsprechend weiß. Wenn die Einstellungen so passen, klickt man entsprechend auf OK und schon hat man das Bild entsprechend eingefärbt.